Musik Hallo Tut mir leid, dass ich jetzt hier im offenen Screen bin, Leute, aber es hat ein bisschen ich bin ein bisschen mit meiner Planung aus dem Ding gekommen, weil das ist jetzt Belakos deswegen, es geht die zweite Folge und jetzt gibt's einen neuen Charakter so, was machen wir denn? Wir brauchen einen Horde, ich brauche einen Parler ich brauche einen Parler, Leute Obwohl, brauche ich einen Parler? Ja, ich brauche einen Parler Blutelf Parler, wäre doch was Okay, ja, das klingt der sieht doch schon geil genug aus, oder? Ja, alter ich finde den Hipster Nö, 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 die finde ich Hipster Nö, 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 n Und später nehme ich noch an einer Instanz, an einem Raid für die Brennerlegung mit Marcados teil. Aber diesen Raid werde ich nicht aufzeichnen, Leute. Ich muss hier kurz wieder mein Profi-Werk machen, also mein Handy leise. Hurra, ich bin schlecht. So, aber mal warten. So, welches Thema könnte ich jetzt ansprechen? Waro vielleicht, aber Waro habe ich schon angeschrieben, weil wir uns in die Lage haben weichstaunlose Umbrüche über das ewige Land Keltalas gebracht. Keltalas! Auf Anweisung ihres geisteskranken Anführers Keltas Sonnenwanderer kanalisierten die Blutelfen gefährliche chaotische Magik. Aha. Verwandelten ihren heiligen Sonnenbrunnen in ein Tor unsäglichen Übels. Als Keltalas, als der Meister schließlich besiegt worden, vollzog sich jedoch eine andere Verwandlung in Sonnenbrunnen. Ein Stern der Nao opferte seine Lebensessenz. Aha. In Sonnenbrunnen wieder einen Quell heiliger Energie zu machen. Mhm. Nun erblickt der Regent der Blutelfen, Lorde Materon, wieder einen Schimmer Hoffnung für sein Volk am Horizont. Lorde Materon. Come on. Könnte die Blutelfen von ihrem Fluch befragen. Doch viele klammern sich an die angeeigneten Alkanenkräfte und zögern sie aufzugeben. Komm, ich will weitermachen. Müsst ihr für den Schutz von Keltalas kämpfen und eurem Volk helfen, sein Seelenheil zu finden. Seelenheil! Heil! So, Leute, jetzt erstmal Interface. Schnellplündern an, muss ich machen. Aktionsleisten. Zam, 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 zam. Passt. Okay. Moment, welche Fähigkeit habe ich? Kreuzfahrerstoß, okay. Halt. Erstmal. Da hinten muss das rein. Und jetzt werde ich mir noch ein Wildtier. Moment, Chaoswelpe, Mondküken. Oh, mein Mondküken, ja. Und, Leute, jetzt nutze ich das, was ich bekommen habe. Ich nutze doch. Ich nutze jetzt meine Erbstöcke, Leute. Den brauche ich, das brauche ich. Die Brustplatte. Welchen Rücken nehme ich? Ein Tempokrit, Tempokrit. Zwei Ausdauer, zwei Stärke, zwei Rüstung. Fünf Erfahrungen. Nein, 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 nein kosten nur 5.000 mehr als 5.000 Gold so jetzt bin ich eh zu OP für euch too good for you Moment Leute also ich hab hier gerade was erfahren im Hintergrund ich werde kurz mal weg sein für ein paar Minuten ihr werdet es dann oben sehen und wir sind zurück 4 Minuten ok ich muss weiter vielleicht werde ich diesen Charakter noch in die brennende Legion entablieren können oh ist das laut ich hab gerade noch was suchen müssen mit meiner Mutter ich One-Hatter Erbstücke sind so schön die werde ich hier oben noch in die Leiste ziehen in ein paar Tagen ich bin außer Reichweite ich level hiermit jetzt bis Level 100 durch Leute hier gibt's keine Dinge wie bei Lord bei Velakos los geht's und ich hab kein Reittier kein Reittier kein Reittier ey Macarena ok die Kettenstiefel die hab ich noch nicht die Gerechtigkeit wird auch besiegen ich bin zum Paradin ok 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 ich muss da hinten hin da ist meine Lehrerin ja ah dong dong mein Lehrer die Gerechtigkeit wird auf sie ok ok mal sehen wie viel kann ich da machen an Schaden oh das ist so brutal was ich hier mach oh je komm ich schaff heute Level 8 in der Folge oder ich kann alles weghauen wenn ich will believe äh Siegel des Befehls ich bin außer Reichweite ich kann dieses Ziel nicht angreifen hä wo ist das Siegel der Wahrheit Siegel des Befehls Moment Moment mein Bruder hat keine Ahnung das Zimmer betreten da musste ich mich kurz muten ja oh mir ist mir fehlt einer ist mir einer durch die Lappen gegangen oh jetzt bin ich so aggressiv dann ich muss näher rein schickes Motorrad für den Pilger ok 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 das brauche ich nicht mehr Moment bitte was unsere Feinde werden fallen oh so viele Missionen auf einmal mhm wo kommen die ganzen Missionen denn auf einmal her das sind so viele ja gut Ehre London Bay Ehre Hackebeil hallo Besen 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 Wesen sei es gewesen warum zitiere ich den äh den Zauberlehrling ok ok wo jetzt hin oh no ich hab kein schlechtes langsames Fallen ups ich bin hier ich hab ja nicht mehr ein langsames Fallen als Fähigkeit hopplap Okay, 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 okay. Das muss ich alles jetzt machen. Halt, was muss ich noch anziehen? Die da muss ich anziehen. Die muss ich anziehen. Hab ich, hab ich. Oh. Was kann ich denn alles an die Händler verkaufen? Das brauche ich ja jetzt alles nicht mehr. Tschüss, Händler! Oh, ich hab ne Tasche. Halt, kann Strom entfesseln? Wo? Oh, er kann Späne sammeln, ist das hier. Ich dachte schon, er kann da Strom entfachen. Was will der denn damit? Yeah, Stufe 4! Okay, die jetzt. Jetzt die Quest. Irgendwo hier. Geht's darum? Oh. Darum geht's. Arcana Strom entfesseln. Oh. Oh. Borklinge und wilde Borklinge töten. Nein, das kann ich noch nicht. Dann geh ich jetzt Borklinge und wilde Borklinge töten. Oh. Oh. Da hinten ist ja ja noch was. Nein. Ist das das Buch? Ja, es ist das Buch. So wie ein Tagebuch. Nein, Borklinge töten. Okay. Jetzt gibt's Bäume. Trees. Boing. Oh, ich vermisch den Totschläger. Oh, da ist er ja. Hallo. Ultrakill. Ultrakill. Oh. Hello, Borkling. Erstmal. Ich one-hitte. Was machst du da? Ich one-hitte. Ich fühl mich so assi. Ich baller einfach hier alles aus dem Weg. Oh, Kugeln. Okay, jetzt fehlt mir nur noch diese Magierolle. Noch ein One-Hit. One-Hit. Willkommen auf der One-Hit-Parade. Okay, jetzt noch normale Borklinge. Oh Gott. Ich rotte diese Spätses ja gerade aus. Oh, ich hab noch eine Tasche bekommen. Zehn Plätze hab ich jetzt. Oh. Auf dem Häken netzle ich noch ein bisschen was nieder. Boing. 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 Okay, ich muss da nach oben. Was zur Hölle? Okay. Okay. Da ist er ja. Und da hinten hin muss ich auch. Hab's. Weiter zum Schreien. Die Folge dauert jetzt schon ein paar Minütchen mehr. Leute, ich liefere jetzt gleich alle Missionen ab und dann bin ich mal fertig für heute. Okay? Dann geht es in den nächsten Tagen morgen oder so in die zweite Folge. Okay. Okay. Das nehme ich nicht mehr mit. Oh, ich muss da rüber. Oh, wir haben schon so viel Uhr. Ich habe schon vor über 20 Minuten Hoffnung. Oh, oh. Ich glaube, das wird eine lange, 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 lange Folge, Leute. Aber nee, nee, das geht einfach nicht, okay? Leute, ich mache die Folge jetzt hier zu Ende. Ich gebe die Quests in der nächsten Folge. Alter, und dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht bald mit Jordanus weiter und bye, bye, abonniert.